Die Dollenstraße, Berlin, oberschöne Weide. Neu sanierte vier Zimmer Wohnung verteilt über das vierte OG und das Dachgeschoss. Das war das erste Zimmer, jetzt kommt das Bad in einer großzügigen Dusche. Hier befindet sich das zweite Zimmer mit Balkon und Blick Richtung Westen. Holz, Fuß, Böen, alte Dielen. Im weiteren Zimmer befindet sich einmal der Aufgang zum Dachgeschoss und auch die Einbauküche. Blick in den Hof, der Aufgang zum Dachgeschoss. Hier befinden sich zwei Zimmer, die Terrasse und ein Badezimmer. Dieses Zimmer hat etwa 12 Quadratmeter. Hier befindet sich das Bad mit Platz für eine Waschmaschine und eine großzügige Dusche. Abschließend in das größere Zimmer der beiden hier oben etwa 16 bis 18 Quadratmeter und Austritt auf die Dachterrasse. Abschließend ist es, scharemos40 Randitor, zurück in die Dacheschoss. Bescher